So, schnell noch mal gucken. Ey, hier ist, ey, ich seh, überhaupt, die sind alle schon gelandet, ne? Aber halt nicht bei uns. Hat sich halt keiner getraut, hat halt niemand die Eier. Niemand hat Eier für Nordrumpf. Aber Schrumpf ist tatsächlich nicht bei uns, ne? Ja, ist egal. Nee, ich wollte sagen, Schrumpf ist bei uns. Das wollte ich sagen. Ich hab, oh Gott, ich bin vielleicht gar noch, ey. Gar noch? Gar noch. Gar noch Dorf? Großer, großer Spoil, äh, ist der Bösewicht von Zelda. Oh, ich hab direkt schon mal hier ne Scar. Ah, Leute, ich hab das erste, was ich gefunden hab, ist ein AK. So geil, weißt du? Wir ist, wirklich, wir könnten nicht mal auf jemanden schießen, wenn wir wollen, weil niemand da ist. Und wir finden beide direkt ne Waffe, so. Und du landest mit 80 Leuten um dich rum, ah, guck mal hier, mhm, bisschen Munition, ey, mhm. Ähm, Funfact, ich hab in diesem Spiel noch nie eine Stun-Granate geworfen. Was denn, gibt es Stun? Ich hab auch ne AK. Soll ich dir, äh, Muni, für die AK mitbringen, brah? AK ist im Wandschrank, AK ist im Wandschrank. Genau, achso, sorry, der, äh, Mürostas fragt gerade, warum wir den Fallschirm so früh aufgemacht haben. Äh, weil wir sonst hier nicht hingekommen wären. Das Flugzeug ist halt hier so lang. Ja, er war zu früh gezogen, geb ich dir. Aber man, man kann halt weiter, weiter fliegen, einfach viel, viel weiter. Ja, ein Einserhelm ist ja, aber den brauchst du nicht extra herkommen, glaub ich. Nee, nee. Ähm. Und ach, das ist doch Wurstsalat. Ich hab noch kein, ich hab noch kein, oh nice, noch keinen Rucksack gefunden. Das ist mir sehr ätzend. Ich hab schon zwei gefunden. Gibt's heute einen Plan, was so gamingmäßig ansteht? Ja, Player Announce. Also ich wollte mit, mit den Boys ein bisschen ausrasten hier. PUBG, bitte. PUBG. Alter, ich kann nichts mitnehmen. Ja, ist egal, ich, ich sammle für dich die AK-Muni ein. Ich hab, glaub ich, schon 200 Schuss, äh. Aber, erste Hilfe-Koffer muss ich doch mitnehmen. Ähm. Cool, Level 3 wärst du. Nice. Ich hab Kappen. Franz, lootest du einfach wieder zu schlecht oder was? Ja, ich kann doch in erster Hilfe Koffer nicht nehmen lassen. Hier, komm her zu mir. Komm her zu mir. Mantel ist Pflicht, oder? War das nicht so? Ja. Bei Blau. Hol dir bei Blau, den blauen Mark. Der Mantel, der macht eins zu seinem zu guten Ziel irgendwie. Den sieht man einfach zu gut. Sieht stylisch aus, aber... Ich hab'n Red Outside für dich. Nice. Lol, Level 3 Helm. Ja, ich bin... Ich bin jetzt 3-2-3-equipped, ey. Ich könnte jetzt mal anfangen zu looden. Looden? Hast du einen Choke schon gefunden, zufällig? Nein. Nimm mal bitte einen Choke mit, wenn du einen siehst. Wird sich hier richtig abschrotzen, oder was? So, Level 3 Rucksack. Ich bin 3-3-3-equipped. Ciao. Holy shit, ey. Okay, weil ich mit den Containern nicht so Glück hier hatte. Ich war, glaub ich, noch nie 3-3-3-equipped, Alter. Vor allem so früh. Ja. Ich hab' nicht mal der Weste. Cool. Weißt du doch nicht, was ich jetzt machen soll hier. Oh, ich hab' die, ähm... Oh, nee, das ist nur die normale... S686. Ähm, Franz, hättest du Interesse an einer Level 2 Weste? Ja, ich hab' nämlich noch keine. Ähm... An blau ist eine im Container. Warte mal, lass' dich, nehm' ich jetzt ne... Du nimmst auch ne Schrot-Fontameter, nehm' ich die AK, ne? Ja, ich hab'... Also, die SMGs sind halt auch echt stark im Nachkampf, so. Also... Die bin ich zu doof. Okay. Ich hätt' gar nicht so weit laufen müssen, ne? Hier... Ah, Rucksack 3! Ja, guck. Weißt du mal, das ist auch ein bisschen... Karma. Ich hab' ja gesagt, ich muss unfassbar dringend auf Toilette. Ja. Und dann find' ich einfach mal 3-3-3. Und dann kann ich schön Pipi machen gehen. Möchtest du noch einen Helm Level 2 haben? Hallo? Ja, brauch' ich. Ja, dann komm' dahin. Ich hab's blau markiert. Direkt links daneben ist Weste Stufe 2 im Hangar. Ich geh' jetzt pissen. Pipi meint er. Es ist blau markiert. So, Kinder im Chat. Geht's euch schön? Ich hab' ein bisschen eher angefangen. Und, äh... Ich wollte heute ein bisschen Player Announce spielen, um... Durch die Streamerei vernachlässige ich meine... Meine Real-Life-Spielfreunde ein bisschen. Ähm... Das hol' ich denn jetzt hier mal ein bisschen nach. Marcel kennt ihr ja schon. Das ist ein netter Dude. Außerdem find' ich's witzig, wie er sich geaufregt. Und, äh... Deswegen steht das heute mal... Mal ein bisschen an, dachte ich mir. Ach, guck mal, Weste Stufe 3. Hm, schlecker. AKs im Wandschrank. Sollte reichen, um den Schrot. Alter, was ist denn hier für ein Equipment? Äh... Ich will eigentlich lieber ein Karabiner. Wangen, die Polster, okay. Hallo, Gunnigan. Cool, heute mal wieder ein paar neue, ein paar andere Gesichter da, die sonst nicht hier sind. Sehr schön. Ich lebe noch. Nice. Wie lang kann oder will Marcel? Was ist das für eine Frage? Du, ich kann lange nicht mehr so lange, wie ich will, aber... Ich glaube, in unserem Alter ist es so, man kann länger, aber man will einfach nicht mehr. So ist das bei dir, okay? Ja, ja, ist einfach so, boah. Was hattest du da gesagt, was du da gefunden hast? Ja, Level 2 von beidem einmal. Okay, ich hab Weste 3 und Rucksack 3. Was hattest du? Helm, 2. Ja, hab ich auch schon. Okay. Okay. Du hast auch Weste 3? Äh, ja, die 250er, genau. Der Betrucksack 3, Weste 3. Also ich bin aber noch waffentechnisch nicht so richtig geil equipped. Emil ist da, Emil, wenn du Bock hast, kannst du natürlich auch gleich dazukommen, ne? Oh yes, der Emil. Emil ist, Emil ist eine Maschine, das darf ich nicht sagen, Emil kann mit Druck nicht so gut um. Ich hab jetzt schon die höchsten Erwaschungen. Emil ist eine Maschine an der Pumpgun, ey. Und am schönsten ist es, also es ist schon häufig vorgekommen, dass wir ein bisschen Misskommunikation hatten und dann landet Emil alleine irgendwo. Und was er dann für Abenteuer erlebt. Ich hab schon, ich hab zwei Schalldämpfer MG. Das ist doch so komisch übersetzt. Das heißt doch, glaube ich, Schalldämpfer MG ist, ähm, Zap-Machine-Gans, oder? Weißt du nicht? Emil sagt, ich bin halt echt kacke. Ich bin halt echt kacke? Emil! Was ist das für eine Einstellung? Rudy. Was? Rudy ist hier? Rudy. He is on a Scar. Franz nicht, oder was? Oh, ich komm dir da gleich bei, doch. Möchtest du eine Scar harben? Ich hab noch keine. Nee, ist gleich. Ich hab auch, also ich hab jetzt eine Schrotze und einen AK. Ich dachte, das wär gut. Ich finde eine Scar eigentlich noch besser als eine AK, weil ich kann aber echt der AK nicht so gut umgehen. Ich brauch noch ein paar Waffen-Attachments. Hast du noch welche? Gar nichts. Gar nichts? Das ist... Ich muss gar nichts, also eratmen, schlafen, trinken, eratmen, schlafen, trinken, schlinken, trinken, eratmen, schlafen und Liebe. Das ist auch echt schon echt, also fahrlässig, wie jemand hier die ganzen Container auflassen kann, ne? Hast du das schon mal aufgefallen? Ja, das ist eh, also diese ganze... Ich hoffe, ich hoffe, gibt's eigentlich schon Fanfiction, was hier so abgeht, ey? Mö. Oh! Was ist gehört? Warst du das? Ja. Klassiker, Klassiker. Ach, der Turnaround? Klassiker Turnaround, One-Shot? Yep. All right, all right, mate, all right. Alter, ich würd gern... Ich hab noch nicht ein... Ich hab noch gar nichts, ne? Ich hab noch keinen Scope, nichts, nicht mal Red Dot. Ja, ich hab für dich Red Dot's auch aufgesammelt. Ja, ja, ich wollte nur, äh, hier ist übrigens ein Darsia. Darsia. The Darsia. Darsia. Ähm. Ah! Den ist schon mal ein Holo. Wie sieht's denn bei dir an der Medi... An der Medikinet-Front aus? Äh, drei Koffer, drei Verbände, ein Schmerzmittel. Fünf Verbände. Darf ich die Akamuni wegschmeißen? Mein Level-3-Rucksack ist bereits voll. Äh, ich hab... Ich hab 44... Shit! The Shrink! Oh, shit! Ja, ist kein Problem. Mach den Schaden. Aber wir sollten... Ich hab hier ein Darsia. Ja, ich komm. Aber, ich mein, mach den Schaden. Aber wenn man davon überrascht wird, ist auch nicht so angenehm, ne? Ja, hab ich total verquatscht dran. Wo kommst du? Wo kommst du? Ach da. Ist okay, ich find das so geil, dass der klingt wie so ein Rennwagen. Der erste Wut schon von der AWP, von der AWM hingerichtet, ey. Ziemlich. Ist schon ordentlich handen gegangen. Bleib mal stehen. Stay with me. Komm. Komm. Lootest du jetzt erstmal noch ab, oder was? Ja. Alter, not enough space. So, erstmal die Bandages weg. Krieg ich hier massiv Schaden, ey. Richtig massiv. Du hast jetzt doch nicht das Auto geklaut. Es muss das eigene sein, ne? Falls eins kaputt geht, Franz. Challenge accepted, ey. So, wir fahren direkt zu blau durch. So richtig... Ah, ne, wir müssen kurz hinterm Shrink halten wir an. Heilen uns hoch, ja? Ja, wir haben noch zweieinhalb Minuten, ne? Also, wir könnten jetzt hier auch noch ein bisschen rumlooten, eigentlich. Ja, aber wir sind so ziemlich gut ekript schon, eigentlich. Ja, ich brauch auf jeden Fall irgendwas Scopeiges. Bitte überfahren mich nicht, wenn ich aussteige. Ah! Junge! Wenn ich dich nicht so gut kennen würde, wäre ich ausgestiegen, ne? Ich bin einfach voll auf die Bremse gescheppert. So, und dachte so, mhm, mhm. Hast du noch normale Bandagen eingesammelt? Ich will jetzt ungern so ein richtiges Medikit hierfür rausfahren. Fünf Stück hab ich. Ach so, okay. Dann nehm ich ihn mit. Kannst du aber... So, das können wir erst mal austauschen. Hier, nimm mal bitte einmal die Akamu. Und ein Scope könntest du mir geben. Ja, und Red Dot kann ich dir auch geben. Ach so, zufällig Red Bull. Ich hab nur Schmerzmittels. Ich hab auch nur einen Painkiller. Da hab ich auch noch. So, hier ist die AK-Muni. Brauchst du noch irgendwas? Mh, ne, ich kann... Warte mal hier, ich kann dir... Um 56er kann ich dir noch geben. Alter, was soll ich mit der ganzen AK-Muni? So viel kann ich gar nicht tragen. Das ist schwer, ne? AK-Muni ist echt wer. Ja, hier. Nimm ich die fünf Gauge. Ja, nehm ich auch. So. Die brauch ich an, ja. Ich hab halt noch ne... Hier den Schalldämpfer. Guck mal, ob du den irgendwo dran bauen kannst. Hab noch ne Kugelschlaufe für den Karabiner. Ich hatte gehofft, dass ich den vielleicht irgendwo find. Nee. Für die SMG, aber ich glaub, nehm ich mal mit. So, ähm, wollen wir mit... Schmeißt du jetzt schon... Zwei Autos fahren, um die abzulenken, oder? Joa, kann man. Schmeißt du jetzt schon Pan-Kill-Ores, oder? Jaja, klar. Ich hab die reingeschmissen. Okay, warte mal, dann nehm ich die auch, kann man. Kann man eigentlich ins Auto steigen, während man Medizin nimmt? Ne, oder? Ne, man kann aber im Auto sitzend Medizin nehmen. Ähm, wollen wir einfach mal... schon direkt in die Mitte des Shrieks zu blau durchfahren? Ja, fahr du vor. Okay. Boost schon mal. Lass uns, aber warte mal, wo ist das Flugzeug hergeflogen? Sag noch mal kurz. Genau mittig, glaub ich, oder? Ne, von oben links nach unten rechts. Okay, dann fahren wir an der Küste entlang. Ja, wir fahren die andere Brücke rüber. Guck mal hier, wir fahren an der Küste entlang hier. Ja, das wär halt ganz geil. Ich müsste eigentlich noch ein gescheites Scope finden. Ich bin halt mit dem Raptor echt super gut. Aber das ist aber... Ich glaube, das ist hier... Das ist nicht der offizielle Weg. Doch. Schon ein bisschen holprig hier, ne? Ja. Röchtest du euch hier eben reingucken, wegen Scope? Jo, komm mal rein. Alter! Und mein Auto hat mich angefahren. Das ist einfach aufgerollt. Warum tut es das? Wieso tut es das bloß? Auto, Auto, warte, 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 warte. Hier war einfach gar nichts drin. Hier ist wirklich gar nichts. Also gar nichts, gar nichts. Schnell weiter, komm. Ich hab meine Medi nicht aufgelaufen. Sie haben so wenig Medis, dass wir schon wieder... Eigentlich schon wieder... Subopti, ne? Du fährst doch echt... Wenn wir uns mit dem Auto überschlagen sollten, ne? Dann lass uns das bitte nicht beide gleichzeitig tun, okay? Oder gerade doch. Meinst du? Mind Games? Oder was? Moin Goings! Guck mal, der Alex ist da, ne? Dann haben wir schon... Er hat schon einen ganzen vollen Squad, ey. Alex und Amy. So, ich guck hier nochmal im Rind, ne? Ich hab extra Sicherheitsabstand gewahrt. Und Contenance. Ich guck auch immer nach hinten, do. Ich wahre ausschließlich Contenance und, äh... Guck, hat sich schon gelohnt. Noch ein Painkiller und eine Frying Pan. Und die Pan ist mega im Bar. Und hier ist Explosion, ne? Ja, ja. Was war mit Andi? Warst du dabei? Ne. Ah, guck mal hier. Energy Drink. Easy. Nice. Easy. Also hat sich doch... Hat sich doch ein bisschen... Alter, was ist... Ah, krass. Hattest du gerade auch solche Herben... Lecks? Nein. Ah, Vierfachsucher. Hello? Nice. So, jetzt komm, wir müssen in die Mitte. Shrink kommt, Shrink kommt jetzt, Franz. Go. Beil dich. Der tut schon ein bisschen weg. Alter, ich hab so harte Lecks gerade. Warte mal, ich steig bei dir ein. Ich steig bei dir ein. Okay. So, go. Oh, schneller! Ich krieg doch Damage! Fahr doch zu! Fahr doch zu! Ja, der darfst ja so, sag ich mal, bergauf. Dann macht der nicht, ne? Boost! Ja. Herr Doktor, Herr Doktor, ich hab Boosten. Und das da? Ja, aber... Ich finde, deine kurze Freude kam mir echt vor. Was ist denn das mit den Lags hier? Wir leben aber auch wirklich am Limit gerade, ne? Oh! Äh... Oh, was tun wir? Bitte bleiben wir hängen. Das wären mir das Liebste. Meinst du, wir... Na, zwei Minütchen, da kann man noch ein bisschen Lütchen, ne? Jetzt bei mir, also, wenn du findest, ich brauch noch ein Dreier- Oh, ich meine, Sprungs... Bin zu dumm für das Sprungsystem, das ist das Schlimme. Wenn du ein bisschen Tank findest, ne? Was, gell? Ja. Wie weit war das entfernt, schätzt du? Na, schon relativ weit. Ah, Kacke, ist natürlich echt blöd, dass wir irgendwie... Oh, geil. ...über die Brücke kommen, ne? Das könnte nochmal richtig schwierig werden, über die Brücke zu kommen, lebend. Ah, daran hatte ich nicht gedacht. Oh, shit, das könnte übel werden. Stimmt, da sind wir schon... Wollen wir schwimmen, lieber? Sind wir rausgeknattert worden. Ah, es ist weit. Wir müssen... Geil, noch ein dicker Verbandskoffer... Ja, aber die knallen auf der Brücke rum, ne? Das ist... Wenn wir jetzt loslaufen und schwimmen... Guck mal, wir haben noch 1,17. Wollen wir das wagen? Weil wir sterben hundertprozentig auf der Brücke. Hundertprozentig, okay. Boote sind hier keine, ne? Wir kommen da hinten schlecht raus, ey. Ja, wir müssen... Wir müssen hier rüber drücken, ey. Ah, das ist übel. Das wird übel. Komm, lass uns rausgehen. Ich hoffe, wir noch einmal quer durchs Häuschen. Oh mein Gott, wird das übel. Ich schwör's dir. Kommst du? Ja. Ähm, ja. Wir müssen, glaube ich, Schaden nehmen, um da überhaupt hochzukommen. Oder wir fahren... Ne, vor allem, selbst wenn wir schwimmen, ist es... Weißt du, danach das Laufen ist das Problem. Oh ja, der tickt jetzt aber schon ganz abhandlich. Ein bisschen Angst. Ich kann auch immer schön in der Sicht... Nicht in der Sichtlinie fahren. Aber wem erzähl ich das? Gehört der Jeep dahin? Da steht doch einer. Siehst du den? Alter! Nein! 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 Egal. Wir haben es überlebt. Egal. Wir haben es überlebt. Alles gut. Fahr, fahr, fahr. Uh, uh, P2. Was haben... Hä? Wie waren die drauf? Wie kann man ein Auto zu zweit nicht hören? Schade, Mann. Das wär's gewesen, ey. Achso, du bist genau dazwischen getitcht, ey. Ich hatte kurz gehofft, äh... Ja, wenn ich den rechts hätte erwischen wollen, wären wir dagegen gefahren und der Linkseidler verschwunden. Ja, das wär... Das wär... Das wär zu real gewesen. Oh mein Gott. Das wär so geil gekommen. Wir haben so Glück gehabt. Hätten die auf uns geschossen, wären wir tot gewesen. So hart. Ja, Mann. Hallo Atombom. Hallo Sunnygirl. Hallo Joker. Ach, guck... Ey, das ist krass. Das ist richtig krass. Hallo YouTube. Oh mein Gott. Ähm. Wollt ihr euch kurz anhalten? Oh, Honeypot! Okay, ich guck schnell. Ich guck schnell. Voll... Oh, nee. M249. Brauchen wir die? Nein, 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 nein. Brauchen wir nicht. Weg, 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 weg. Die ist scheiße. Schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Ein taktisches Lager und das dicke Maschinengewehr. Taktisches Lager? Was ist das? Keine Ahnung. Ein taktisches Lager für die M irgendwas. Auch für die M266 müsste ich nicht mehr. Nicht auf... Aufgepasst. Ja, krass, ey. Meine Theorie bestätigt sich. Das ist abgefahren. Ey, also heute läuft das aber richtig... Richtig. Oh. Oh, geht noch, geht noch, geht noch, geht noch, geht noch. Fucking Bodenwellen hier. Hier läuft das echt überhaupt nicht gut bei mir das Spiel. So. Sagt der Mann heute mal kurz... Ich halte hier hinterm Haus an. Sport. Können Leute sein, ne? Hol die Schotty raus, oder so. Du hast nicht zufällig ein Extended Mag für eine SMG dabei? Oh, hab ich weggebrochen. Türen sind hier erstmal alle zu, ne? Was ist das denn hier? Alter. Ja, dann komm rein. Go, go. Oder? Warte, ich guck mal kurz hier. Schaft für Mikro-Uzi brauchst du nicht, ne? Du hast keine Mikro, oder? Ne. Ähm, ich hab gerade, ich hab glaube ich noch nie so viele Items auf einem Haufen gesehen. Munition, Medkits, Energy Drink, Schaft. Aber Extended Mag für, ja, hab ich gerade gefunden, für die Umpe. Äh, noch ein Kompensator für die... Oh, der Kompensator passt an die Autoschrotze? Jo. Es gibt doch einen Silencer für die Autoschrotze. Das geht ab. Ähm. Ich hätte jetzt noch einen Extended Mag hier in dem Haus von zwei. Den brauch ich nicht, alles gut. Aber ich hab das, ich hab das Extended Mag. Komm mal rein hier bitte, schnell. Ja, ich komm, ich komm. Das andere. Ja, ich weiß, ich mach noch gerade die Türen zu. Ah, ich hab glaube ich die Türen noch offen gelassen. Aber wir sind, achso, wir sind aber am Rand des Shrinks, ne? Also wir müssen durch den Shrink... Wollen wir reinpushen? Ich würde zumindest so lauern, dass wir... Achso, das ist der Neue. Geh mal Smack schnell, geh mal Smack schnell. Smack schnell. Nice. So 26 Schüsse in der Vector sind immer besser. Ähm. Guck mal. Wir können eigentlich nur verlieren, wenn wir jetzt nicht reinrennen. Ohne Witz. Das ist immer... Das ist ja immer kacke gelaufen. Ich meine, das ist risikoklar. Ja, aber wir müssen... Das... Wir müssen halt irgendwie einen Stein oder so einen Scheiß finden, ne? Der ist... Der Stein ist einfach die beste Deckung der Welt. Wenn von hinten keiner kommt, ne? Links Auto. Okay, so warte mal die... Oder... Weißt du, was ich sagen würde? Wir warten hier. Schön in den Büschen. Mhm. Bis... Bis der Shrink kommt. Dann pushen wir hinter den Stein, weißt du? Oder hinter den Traktor. Hinter die... Na, obwohl Stein ist besser. Da kann man besser drüber gucken. Hallo, Lucius. Weißt du, dass wir... Das Problem ist, ich bin bisher... Am ätzendsten bin ich tatsächlich gestorben, dadurch, dass ich Leute überrannt hab. Weißt du, du rennst an der Deckung vorbei, wo du den nicht siehst und der fällt dir einfach in den Rücken. Oder dass die halt... So, da kommt der Shrink. Sag mal, hast du vielleicht noch so einen Griff oder so? Ne. Ein Vertical Grip oder sowas? Wenn wir Blendgranaten geben... Äh, scheiße. Ich hab auch... Hab ich eigentlich einen Extended Mac in der AK? Nein, nur schnell. Genau, irgendwie so ein Energy Drink hier. Ich hab noch ein Schmerzmittel, ein Energy Drink. Ich hab fünf dicke Koffer. Wie sieht's bei dir aus? Einen. Aber dann zahlen wir die mal auf. Ja. Oh, Auto? Oder? Egal, passt. Die sehen uns nicht, die sehen uns nicht. Hier liegt noch ein... Alter, ich leg dir noch sechs Verbände hin. Nicht, dass wir die noch brauchen werden, aber... 1,23. Können rechts im Haus welche drin sein? Ja, ne? In dem vordersten. Also von den dreien in dem vordersten und in dem großen. Scheiße, das ist natürlich kacke. Ah, die müssen da aber... Aber was? Also laut Map. Ach so, das ist das hier, was ganz außen ist. Wollen wir einfach mal ein bisschen weiter hier nach rechts durch und dann... Ich hätte jetzt gedacht, wir rücken vor, wenn der Shrink kommt. Hä? Aber in diesem Haus? Ne, das war laut Map. Aber das ist vielleicht viel weiter. Ne, in dem Haus hier kann keiner sein. Die Häuser, die ich auf der Map gesehen hab, sind ganz weit weg. Die sind auf dem Hügel. In dem Haus kann niemand sein. Okay, dann komm. Ich hätte jetzt gesagt, wir rücken hier vor bis zu dem Stein einfach hier. Hä? Guck mal, da ist doch quasi... Hier, wo wir jetzt sind, ist der Shrink am langsamsten gleich. Wenn wir quasi nur bis zu dieser Senke kommen, weißt du? Bei deinem Haus kann keiner sein. Und wenn wir jetzt hier bis zur Senke kommen, dann können wir vielleicht ein paar Leute abfangen, die noch in den Shrink reinrennen. Weil bei uns ist der jetzt extrem langsam. Weißt du, wie ich meine? So. Hier sind wir eigentlich ziemlich gut. Ja, nach oben kämpfen finde ich immer blöd, aber... Ne, guck mal, die können uns ja irgendwie... Jetzt müssen wir uns auch erstmal vorrangig nach hinten... Oh shit, da oben ist einer. Da ist, was ich denke. Ist zweimal getroffen. Er hat auf jeden Fall von mir auch Hits. Tot, 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 alles gut. Puh, ich hab den, glaub ich, wirklich erwischt. Der AK ist im Wandschwein. Wir müssen ein bisschen vor. Ganz wichtig, ne? Oh shit, von links, von links. Von links auf 330. Ja, ja, alles gut, alles gut. Wir sind hier safe. Okay. Ich muss mich kurz zusammenflicken. Denk immer dran, grad bei diesem Spiel, ich weiß, klingt immer dumm, du musst mir ganz, ganz klare Anweisungen geben. Ich bin manchmal sehr stumpf. Ja, ja, alles gut. So. Okay, da fährt ein Beklopter mit dem Auto rum. Okay, denk dran, von rechts könnten noch welche, rechts oben kann noch wer sitzen, ne? Ja, ja. Ich glaub, da müssen wir auch mal hin aimen, da zu den Bäumen. Hey, Obaka. Oh! Kastroi ist da. Kennst du Kastroi? Ne. Kastroi kenn ich. Nein, Spear. Achso. Nice. Hallo, Björni. Oh, 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 okay, ich bin einmal kurz über die Ridge gegangen, äh, der ist halt... Der ist, der ist oben, oben am Baum, da wo ich hinschieße, siehst du das? Hast du gesehen, wo ich... Ja. Hat noch einen Hit, hat noch einen Hit. Zwei Hits. Ich bin ausgenockt, ich bin ausgenockt, komm ich wieder schnell? Okay, warte, warte. Oh, ich hab... Sehr gut. Der hat auf jeden Fall zwei Hits von mir gekriegt, oder? Ich seh dein Blut ja auch, also ich will das jetzt nicht. Marsi, Marsi. Ist der down? Du hast, du hast den ausgenockt, ja. Da ist er, rechts, 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 rechts von dem Baum. Jetzt hab ich ihn ausgenockt. Aber der hat... Kannst du mich mal holen, schnell? Oh, achso. Der hat seinen Mate offensichtlich noch dabei. Du hast ihn wieder ausgenockt. Hast du noch einen, noch einen Gamekiller oder so? Nein. In sieben Sekunden kommt der Shrink, ey. Ich hab... Wir haben rechts und links welche. Ich hab keine Zeit, irgendwas zu nehmen, wir müssen laufen, schnell. Rechts, links vom Baum, links vom Baum. Ich muss kurz hier stoppen. Komm, 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 komm. Aber jetzt hab ich einen Hit, aber nicht so schlimm. Ich seh sie. Hast du noch einen Gamekiller für mich oder so? Nee, leider gar nichts. Alter, das ist intens. Komm, wir gehen unten lang, wir gehen unten lang. Hier unten lang, komm her. Guck an die Bäume. Das mit dem Auto auf, ne? Nicht, dass er uns jetzt noch blöd überfährt. Ich weiß nicht, ob die es von rechts geschafft haben, ne? Ja, egal. Die werden was anderes zu tun haben gerade. Okay. Also da, wo wir jetzt hinrücken, waren ja welche. Ist das das Auto? Boah, jetzt hab ich aber Puls, ey. Oh ja, krass hab ich wirklich. Da am Auto? Wo? Am Auto. Zwei Leute. Der Rechte hat Hits. Auf welchen schießt du? Links oder rechts? Auf den Rechten, auf den Rechts. Schieß auf den Rechts. Der Rechte hat zwei Hits von mir. Okay, die verarzen sich. Ich, ja, ja, ich nehm mir nochmal, ich nehm mir auch noch, ich nehm auch noch. Ich hau mir auch noch ein dickes rein. Ist gut, die müssen gleich reinkommen. Du kriegst jetzt, oder? Nein, 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 nein. Bleib liegen. Hinlegen. Ja, ich liege, aber hier ist was eingeschlagen. Oder hast du geschossen? Nein. Wir sind drin, ne? Okay, wir haben keine Deckung. Die müssen gleich kommen. Leg dich so hin und guck quasi nach unten, wenn du liegst, dass du über dich hinaus gucken kannst. Ich kann über mich hinaus wachsen. Holy shit, ey. Okay, die müssen gleich anfangen, sich zu bewegen. Sollen wir ein bisschen zu den Bäumen? Ja, ja. Okay, rechts, rechte Seite Auto steht da, linke Seite Auto. Achtung, die schießen nicht auf uns. Gib ihm. Okay, zwei down. Ich hab drei Kills auf einmal, keine Ahnung. Egal. Okay, also ich... Okay, ein Team noch. Von der Seite kann keiner sein. Komm mal her, komm mal her. Wir sind mittendrin. Du hast die Bratpfanne. Einfach jetzt chillen. Einfach chillen. Okay, von wo kommen die? Von... Ich seh sie. Okay, wo? Ich seh sie, die sind 100, 120 sind die. Oh ja. Einfach nichts machen. Stay, stay, stay. Nichts machen. Ich seh sie auch. Okay, ich seh... Vorsicht. Oh Gott, die teilen sich auf. Einer links, einer rechts. Schön. Nichts machen, nichts machen. Zurück, hinter, hinter, hinter. Was heißt nichts? Der ist bei 105. Komm näher, komm. Komm näher. Der ist bei 105, ja. Gut, stopp. Nichts, nicht bewegen, nicht bewegen. Der ist bei 105. Ich bin ganz tot, aber es ist kein Problem. Ach, shit, okay. Der ist bei 105. Oh, der ist links. Ja, hast du gesehen? Hast du gesehen? Ich heil grad hoch, ich heil grad hoch, ja, ja. Sehr gut. Ganz easy, ganz easy. Der muss kommen, der muss kommen. Ganz easy. Ah, da ist er. Jetzt komm. Nicht overpeaken, ne? Nicht overpeaken. Wenn du rausguckst, kann er dich sehen, wenn er dahinter steht, ne? Musst du immer wissen. Was mit dem Shrink? Bist du noch drin? Ich bin so dumm. Bist du elf verkackt. Egal. So ein 101 ist immer bitter zu verkacken, aber... 150er Puls, Alter. Aber ist doch easy, ey. Erstes Spiel direkt zweiter geworden. Ist doch gut. Oh, nice. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, Alter. Ich bin so am Zittern. Das muss ich, das muss ich eigentlich hochladen, ey. Das war unser bestes Spiel ever. Oh, Alter. Aber der Puls... Alter, ja. Ist doch so krass. Ist egal, ist egal. Ey, ich bin, ich bin völlig klar. Das erste Spiel sogar.